Golden Mask, die Übung mit atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen. Das ABC Abwehrbataillon 750 aus Bruchsal ist dieses Jahr verantwortlich für die Planung und Durchführung der internationalen Übung Golden Mask. Im Rahmen dieser Übung wird der Verband als Teil der NATO Response Force 2015 in der kompletten Vielfalt der ABC Abwehrfähigkeiten überprüft. NATO Response Force ist die schnelle Eingreiftruppe der NATO für weltweite Einsätze. Aus vier Nationen nahmen 700 Soldaten teil, darunter Deutschland, USA, Großbritannien und Ungarn. In der ersten Übung wurden Fässer gefunden mit vermutlich chemischen Kampfstoffen. Ein Spezial-ABC-Aufklärungsteam muss den genauen Inhalt der Fässer feststellen. Dazu sind die Soldaten mit mobilen ABC-Spür- und Messgeräten ausgestattet und können somit Probenamen in Laborqualität sicherstellen, die später zum Beispiel für ein gerichtliches Verfahren verwendet werden. Nach jeder Übung mit chemischen Stoffen ist der Dekontaminationszug gefragt. Im nächsten Szenario wurde der leichte ABC-Abwehrzug von besorgten Anwohnern gerufen. Hier sind die Soldaten gefordert, einen chemischen Gefahrenstoff zu finden und genauesten zu analysieren. Der Stationsleiter erklärt die Aufgabe. Wir haben hier für die Soldaten das Lagebild so dargestellt, dass wir eine verlassene Tankstelle haben, in der sich unbekannte Materialien befinden, deren Gefahr noch nicht eingeschätzt ist. Die Soldaten werden hier den Auftrag haben, zu überprüfen, welche Gefährdung geht hier für eigene Kräfte aus. Es wurden keine gefährlichen Stoffe gefunden. Der leichte ABC-Abwehrzug hat die Aufgabe bewältigt und somit diese Prüfung bestanden. Am nächsten Tag starten die deutschen Soldaten einen Versorgungskonvoi und werden dabei von den Amerikanern gesichert. Das Besondere an Golden Mask ist für die deutschen Kräfte das Zusammenwirken mit anderen Nationen. Eine seltene Gelegenheit auf hohem Niveau zu üben. Der Konvoiführer erklärt. Das Ziel der Aufgabe ist es, die Interoperabilität mit anderen Streitkräften zum einen zu üben. Da wir dort ja mit den Amerikanern zusammenarbeiten, mit den Ungarn, mit den Briten, ist es natürlich wichtig vorher zu sehen, ob das überhaupt so alles klappt. Der Versorgungskonvoi wurde angegriffen. Ob es sich dabei um einen Kampfstoff handelt, weiß man noch nicht. Diese Aufgabe übernimmt der Spürpanzer. Mittels des Massenspektrometers wurde S-Lost, ein Hautkampfstoff, festgestellt. Die Fahrzeuge müssen somit zur Dekontaminationseinrichtung. Hier werden sie von dem Kampfstoff befreit. Der Führer des Konvois ist mit dem Verlauf zufrieden. Also insgesamt ist die Übung gut gelaufen. Die Abstimmungen untereinander haben gepasst. Es waren ein paar kleine Funkprobleme, die wir dann aber doch irgendwie in den Griff bekommen haben. Das ist halt, wenn man mit verschiedenen Geräten arbeitet. Es sind noch einige unterwegs. Der erste Striker steht hinter mir, der dekontaminiert wurde. Also alles in allem, dieses Interoperable, was wir testen wollten, was wir auch üben wollten, ist, denke ich, bestätigt und können wir guten Gewissens weitermachen. Eine weitere Besonderheit des ABC-Abwehrbataillons ist eine eigene Wasseraufbereitungsanlage. Aus Bächen, Flüssen, Seen oder gar aus Meerwasser können diese Anlagen bis zu 32.000 Liter Trinkwasser am Tag produzieren. Mit dem erfolgreichen Abschluss der multinationalen Übung Golden Mask steht der NATO ein professioneller und einsatzbereiter ABC-Abwehrverband zur Verfügung. Achtung! Was? 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 Was?